Ich bin Finn von EinfachBitcoin und ich möchte euch eine unfassbar tolle Bank vorstellen, die ist mega seriös und mega vertrauenswürdig. Natürlich rede ich von der Silicon Valley Bank, die wurde erst vor wenigen Tagen von Forbes bereits zum fünften Mal hintereinander als eine der besten Banken in Amerika bezeichnet. Die Silicon Valley Bank, die ist so toll, man könnte die als Financial All-Star bezeichnen und ja, also unfassbar tolle Bank, mega vertrauenswürdig, mega seriös. Ich glaube, da wollen wir alle rein investieren, also gucken wir mal, wo der Kurs steht und richtig gut, der ist ja richtig günstig gerade. Ja, ich würde sagen, kaufe niedrig, verkaufe hoch, keine Anlageberatung. Warum ist der denn so eingebrochen, der Kurs? Achso, ja, die ist pleite gegangen. Und die Silicon Valley Bank, das war nicht so ein kleines Bänkchen, das war eine richtig große Bank. Das ist die größte Bankenpleite seit der Wirtschaftskrise 2008. Insgesamt hat die Silicon Valley Bank um die 209 Milliarden Dollar verwaltet, deswegen kommt es jetzt eben zu Bankruns. Leute wollen ihr Geld abheben, obwohl das einfach nicht mehr möglich ist, weil die Bank offiziell pleite gegangen ist. Die Silicon Valley Bank ist, wie man sich vielleicht denken kann, sehr beliebt im Silicon Valley, also eben dort, wo sehr viele Tech-Unternehmen ansässig sind, wo sehr viele Startups unterwegs sind, viele von diesen Unternehmen nutzen die Silicon Valley Bank und das ist natürlich jetzt sehr, sehr schlecht für die Tech-Branche. Die Konsequenzen, die können wir noch nicht wirklich absehen. Und wenn wir die Silicon Valley Bank mit anderen Banken in Amerika vergleichen, dann können wir sehen, dass nur ca. 2,7% der Gläubiger überhaupt unter 250.000 Dollar auf der Bank halten. Für diese Gläubiger gibt es also eine Einlagensicherung und für die anderen 97% der Kunden, die hatten deutlich mehr als 250.000 Dollar auf der Bank. Und das heißt, dass die einen großen Verlust erfahren werden. Wir können also sehen, dass die steigenden Zinsen jetzt wirklich große Konsequenzen mit sich bringen. Über Jahre hinweg hatten wir effektiv 0 Zinsen. Die komplette Wirtschaft hat sich darauf angepasst, dass Geld kostenlos ist. Und wenn man dann die Zinsen auf 5% innerhalb von wenigen Monaten anzieht, dann kann das vielleicht ungeahnte Konsequenzen mit sich bringen. Die Zentralbanken der USA, die stehen jetzt also vor einem Dilemma. Sie können die Zinsen entweder so hoch lassen oder sogar weiter erhöhen, aber damit plätten sie haufenweise Unternehmen. Oder die andere Alternative ist, man wirft die Gelddrucker wieder an. Und ich denke ganz, ganz stark, dass man Letzteres tun wird und eigentlich auch tun muss. Aber wenn man mehr Geld druckt, führt das wieder zu mehr Inflation, mehr Kaufkraftverlust für alle. Wir können sehen, dass die Geldmenge in den letzten paar Monaten, wo eben die Zinsen angestiegen sind, da ist die Geldmenge etwas zurückgegangen, aber wir reden hier wirklich von marginalen Unterschieden. Und wenn jetzt wieder Geld gedruckt wird, dann könnt ihr euch vorstellen, dass diese Liede hier noch ein bisschen weiter ansteigen wird. Je mehr Geld in den Umlauf kommt, desto höher die Preissteigerung. Wer sich dafür genauer interessiert, dem kann ich oben rechts ein Video verlinken. Für Bitcoiner sollte das alles nichts Neues sein, denn exakt dafür wird Bitcoin erschaffen. Jeder, der sein Geld auf der Bank hält, der hat kein Geld, der hat einfach nur Schuldscheine und die werden vielleicht niemals eingelöst werden können. Der Grund, warum diese ganzen Banken immer wieder pleite gehen, das liegt einfach daran, dass wir Fractual Reserve Banking betreiben. Du gibst deiner Bank zum Beispiel 100 Euro und die Bank kann dann einfach deine 100 Euro extrem stark hebeln und dann mit 1000 oder 5000 Euro an den Finanzmärkten spekulieren. Das heißt, wenn auch nur ein Bruchteil der Leute das Geld von der Bank abheben wollen, dann würden diese Banken sofort pleite gehen. Und deswegen gibt es ja diese ganzen Beschränkungen auf Bargeldabhebungen. Und genau deswegen ist das Geld, das du auf der Bank hältst, ganz einfach nicht dein Geld. Du hast nur Geld, wenn du Bitcoin hältst. Alles andere ist nur ein Schuldschein. Aber da wir mit Bitcoin noch so früh dran sind, hat noch kaum einer das wirklich verstanden. Und jeder Einzelne, der seine Bitcoin verkauft, weil irgendwelche Banken pleite gehen, der hat noch gar nicht die Grundlagen von Bitcoin verstanden. Denn das sind Leute, die sich kaum mit Bitcoin beschäftigt haben, die also denken, dass Bitcoin ein Investment ist und zwar ein hochriskantes Investment. Deswegen verkauft man bei irgendwelchen Turbulenzen am Aktienmarkt sofort seine Bitcoin, weil das das riskanteste Investment ist. Tja, da kann ich nur sagen, selbst Schuld. Wer nicht seine Hausaufgaben macht, der muss eben lernen und zwar auf die harte Tour. Aber wo wir doch gerade schon von Pleite gehenden Banken sprechen, wie geht es eigentlich Credit Suisse? Und ja, oh, die haben einen Geschäftsbericht verschoben. Naja, das ist ja komisch. Keine Sorge, ich glaube, denen geht es bestimmt richtig gut, wenn man Geschäftsberichte verschieben muss. Das ist immer ein ziemlich gutes Zeichen von absoluter Stärke des Unternehmens. Solche Vorreiter wie Wirecard, die haben das zum Beispiel auch gemacht. Also sehr vertrauenswürdig. Momentan ist im Web3 Metaverse Cryptoland die Hölle los. Auch die US-Kryptobank Silvergate, die steht gerade auch vor dem Aus. Und das hat alles Auswirkungen auf den kompletten Kryptomarkt. Wir können sehen, dass diese tollen Stablecoins, die zum Beispiel einen Dollar repräsentieren sollen, dass die nicht mehr so gut darin sind, einen Dollar zu repräsentieren. Tatsächlich ist Tether der einzige große Stablecoin, der wirklich noch bei einem Dollar liegt ungefähr. Der USDC liegt zum Beispiel unter 91 Cent. Und ja, auch DAI ist gerade am DAIen und so weiter und so fort. Auch der Decentralized US-Dollar Stablecoin von der DeFi Chain, der ist auch bei 70 Cent. Aber keine Sorge, die haben andere Probleme, weil dieser Stablecoin, der war noch nie stable. Der hat noch nie wirklich einen US-Dollar repräsentiert. Auch hier können wir sehen, dass Dr. Julian Hosp der Konkurrenz immer einen großen Schritt voraus ist. Und ja, diese ganzen Problematiken mit Pleite gegen den Banken und irgendwelchen Stablecoins, die sich gerade entkoppeln, das betrifft natürlich Coinbase oder auch Binance. Also Binance ist die größte Kryptobörse der Welt. Der Stablecoin von Binance, der befindet sich auch gerade in rechtlichen Schwierigkeiten. Die US-Behörden, die haben ihren Krypto-Crackdown gestartet und gehen klar gegen illegale Wertpapiere vor. Nur Bitcoin ist ein digitaler Rohstoff und alle anderen Kryptowährungen sind illegale Wertpapiere von Softwareunternehmen. Langsam aber sicher scheinen diese ganzen Kryptoseiten noch etwas Angst zu bekommen. Vollkommen zu Recht, denn, naja, die US-Behörden gehen eben auch gegen Binance vor. Denn Binance ist das größte Shitcoin-Casino der Welt. Oder, um es in den Worten der US-Behörden zu sagen, Binance ist eine Börse, auf der man unregistrierte Wertpapiere handeln kann. Äh, ja, kommt beide aufs Gleiche hinaus. Illegale Wertpapiere, also Altcoins und diese Kryptohandelsplattform, die kommen gerade in ordentliche Schwierigkeiten. Auch zum Beispiel die Kryptohandelsplattform Huobi. Ich möchte Huobi jetzt nicht unterstellen, aber diese Kryptohandelsplattform, die eben illegale Wertpapiere anbieten, die bieten auch oft ihren eigenen Coin an, also ihr eigenes illegales Wertpapier. Und den blähen sie mit Kundengeldern einfach auf, um damit möglichst viel Marketing zu betreiben, um damit zu spekulieren. Und dann gehen die Pleite. Wie gesagt, ob das Huobi macht, das kann ich nicht wissen. Aber FTX hat das zum Beispiel gemacht. Und andere Kryptohandelsplattformen, die machen das auch. Und auch dem König der Blockchain-Betrugsmaschen, also Ethereum, den geht es langsam auch an den Kragen. Denn, wie ich bereits gesagt habe, sind die US-Behörden klar der Meinung, dass auch Ethereum ein Wertpapier ist. Das wurde so auch nochmal im KuCoin-Gerichtsverfahren unterstrichen. KuCoin steckt eben auch gerade in Schwierigkeiten, weil die illegale Wertpapiere verkaufen, was natürlich die US-Behörden nicht so lustig finden. Wie man am Chef von Ethereum, Vitalik Buterin, unschwer erkennen kann, sind das gerade brutale Zeiten für Krypto. So wie es aussieht, wurde Vitalik wohl von Gary Gensler bis persönlich verkloppt. Vielleicht hat Vitalik aber auch mein Video gesehen, in dem ich erkläre, warum Ethereum ein Wertpapier ist und damit einhergehend eigentlich auch ein Betrug. Jedem Einzelnen, der irgendwie gerade Angst hat, wegen der wirtschaftlichen Lage, dem kann ich nur ganz klar sagen, beschäftigt euch besser mit Bitcoin. Denn das alles ist für Bitcoin vollkommen irrelevant. Das kann alles Bitcoin rein gar nichts anhaben. Das muss man verstehen. Glaubt mir nicht einfach, sondern recherchiert das selbst. Don't trust. Verify. Ihr müsst also langfristig denken und da sind Kurseinbrüche relativ praktisch. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video einen Mehrwert bieten. Schreibt gerne eure Meinung und Fragen in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich euch bitten, meinen Kanal zu abonnieren, dem Video einen Daumen nach oben zu geben und das Video mit euren Freunden zu teilen. Das würde mir und meiner Arbeit sehr stark helfen. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.